Ich finde, man kann da wirklich auch nur motivieren und dazu anregen, das einmal auszuprobieren, weil die meisten werden merken, dass schon nach kürzester Zeit irgendwie so dieser Griff zum Handy ist oder die unbewusste Mausbewegung in Richtung E-Mails geht oder dass man überhaupt sich dann erst dessen bewusst wird, dass es so viele Notifications gibt, egal ob das jetzt am Handy ist oder ob das am Computer ist, wo irgendwie dir angezeigt wird, hey, du hast eine neue Mail oder hey, du hast eine neue Message auf Slack oder schau doch mal danach. Und ich weiß, was Leute noch tun, aber irgendwie bei Facebook, oh mein Gott, dort eine Notification. Also es gibt so viel Ablenkungspotenzial und den meisten wird das dann bewusst, wenn sie wirklich mal probieren, eine Viertelstunde lang, machen wir es mal so fest, eine Viertelstunde lang zu sagen, okay, das ist jetzt meine Aufgabe, da kriege ich kein Telefonat rein, da klopft niemand, also niemand anklopfen bei der Tür, das kann man aber halt umgekehrt vielleicht regeln. Wenn die Tür irgendwie offen ist, dann ist klar Open Door Policy und wenn man die Tür zumacht, dann ist klar, dann muss schon wirklich dringend sein, dass man sozusagen über das hinausgeht und dann wirklich eintauchen und irgendwie kreative Arbeit machen. Ich für mich merke jetzt gerade wieder zum Beispiel, wie wichtig das ist, dass ich vom Bildschirm immer wieder mal wegkomme. Ich schnappe mir dann mein Notizbuch und plane zum Beispiel eine Besprechung, eine Präsentation. Was auch immer, ja. Und kann dann in Stichworten oder manchmal auch ausgeschrieben, je nachdem, wie es mich gerade sozusagen freut eigentlich auf der Ecke und dann auf einmal hast du die fixfertige Präsentation, also ich habe es jetzt nicht gesketcht, aber ich sage mal gedanklich, also vorbereitet einfach und kannst dann, wenn du Glück hast, Assistenten geben, wenn du Pech hast, halt selber machen und hast dann in kürzester Zeit eine Präsentation. Und ich glaube, warum das so gut funktioniert, ist der Punkt, dass du sozusagen nicht gehandicapt bist von Technik. Du musst dann nicht überlegen, in welcher Schriftgröße mache ich das jetzt und schaut das eigentlich gut aus oder geht sich das in dieser Zeile aus oder bricht es mir dann um und muss ich jetzt die Schrift kleiner machen, das Feld größer machen oder einen guten Umbruch in der Zeile finden. Weil das schnappt dir alles Kapazitäten weg von dem, was du inhaltlich eigentlich vorbereiten musst und auch die Leistung, dass du selten bringst, so etwas eine Besprechung zu machen oder eine Präsentation zu machen, die einfach nur, ich möchte irgendwas sagen. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, du präsentierst das drei, vier Menschen und was könnten die brauchen, zielgruppengerecht, wann würden sich die auskennen, wann würden die eine gute Entscheidung treffen können und wann, fällt uns vielleicht noch was Drittes ein, wie könnten die rausgehen und sich denken, das war ein Termin, der sich ausgezahlt hat, so wie er jetzt war.